so leute da sind wir wieder und der madara wie ihr mitbekommen hat yuko ist wieder mit dabei und fonex ist natürlich auch wieder da und keule du hast eine anladung ne? warte mal chando wurde getwittert ist es nicht? yuko ist es nicht einer von den dingen? bei der garage ist einer bei turm 4 im gelben haus jetzt ja ich seh ihn oh ich bin tot von hinter dir glaube ich ja du bist auch tot oh man ich wollte den gerade töten die spawnen mal schnell dass sie nicht uns looten naja ich habe eh nur die anfängerwaffe also die können mich nur toten oh dieser wichser alter das waren glaube ich die zwei die wir erst verfolgt haben ne? die wir dann verloren haben scheete was? das ist egal wohin hauptsache sicher da ist auch keine drin na wir haben keinen piloten warte mal ich mach mal was soo ziel wieder weißes gebäude oder was? ich bin ja mit 24 geworden ähm ach mach mal so dann wollen wir mal naja fast 20.000 an Geld naja läuft doch ich auch 19.130 hab ich gerade ich hab 19.130 hab ich gerade ich hab 19.200 jetzt auf einmal so ab also ich muss sagen marktplatz ist nicht clear ne? naja der war mal clear ja ich muss es mal kurz angedeutet haben bis wir weggeführt wurden von einem typen hat uns alle drei gekillt ja man da oben drinnen alter aber passiert passiert hat er richtig gegeben oder was? ja ich musste mittendrin nachladen er aber auch aber er war schneller beim nachladen ja sonst scheiß da wollte ich in der Zeit wo er in den Raum gerannt ist zum nachladen wollte ich ne Handgranate reinwerfen aber irgendwie hatte ich keine mehr jetzt abspringen dann bist du tot ja jetzt drück uns bloß nein oh klapp die Daumen dass hier keine Mine liegt irgendwo wir sind Blue 4 oder? naja noch sind wir in Führung ja wir sind Blue 4 da ist einer direkt auf die Straße warte halt an halt an ja da ist die Hausreiter lang gerannt weiter bei der Garage sind drei Leute weiter bei der Garage sind drei Leute ja ich kümmere mich gleich drum ja ich seh sie ich seh sie hab grad ne Bazooka reingekriegt nur so als Info ne das 2 da bremmt wisst du das? ja der ist explodiert ja der ist explodiert wir sind noch rechtzeitig rausgekommen hab ihn Nummer 2 hab ich auch ja einer wollte sich noch flankieren ich komm gleich vorne rein ich komm gleich vorne rein nicht erst hacken hab ihn natte ja genutzt du? wurdest genutzt oder du bist nein hab ihn genutzt ah nice das sind die die uns hier drinnen gekillt haben ne Granate jemand hat ne Granate geworfen irgendwo warte da oben sind 2 einen hab ich schon runtergegranatet ah scheiße Krusty komm töte ihn damit du mich reviven kannst töte ihn hab ihn ja nice dann revive mich mal schnell mach ich super nice steck deine Hunden ab ja ich reviven gerade ich kann aber gar nicht machen wenn ich ankommen würde es kommen Richtung Krankenhaus kommen 2 Leute die letzte Häuserreihe Richtung Hauptstraße hat einer von denen in der KT bar? ja der hier noch liegt ok die nehm ich dann mir mal ja was nimmst du dir? Kativa Kativa ok dann kann ich mir bestimmt die was ist denn das für ein Magazin? wo ist das für ein Magazin? wo ist das für ein Magazin? ja der Helikopter ist ist das ein Stunnerk Magazin oder was ist das? wunderbar 6,5 30 Schuss hülsenlos hat da jemand eins? rutsch mal beiseite hey warte ich guck grad ich nehm wieder bei ihm raus kirche einer und gib sie dir ne da nicht hier der hat da nicht mal ein gescheites Scope beschützt mich mal aber ja hier kommt einer granate scheiße deckung fuck ich hab keine granate mehr double im Raum scheiße ich bin tot ah ich hab ihn glaub ich noch mit meiner nade gekillt hahahaha ah wie geil revivet mich mal penner ey ich hab ihn kurz unten um das hier zu decken ich muss aber nachladen werden wir geschossen? wenn ich deck unten ab werd ich schon revivet? äh ich seh deine Leiche nicht ah scheiße ja ok dann muss ich respawn so das ist dieser scheiß bug oh beschuss nein wieso? äh Westen 280 grad im gegenüberliegenden über der Garage im Endeffekt das Fenster wenn du da grade drauf zuguckst von da kamen eben die Schüsse einer down ey stop stop thank you wem geht eigentlich die Sprengladung hier? äh irgendjemand anders ey du bist doch hier steig mal nicht in den Heli ein steig mal hier ein steig in den Strider ein hier unten ist noch ne Leiche nicht in den Heli der hat auch ne Kativa gehabt wer sitzen von euch in dem Chinook? äh in den Mohawk äh in den Mohawk hab es jetzt äh Keule aber ich flieg den nicht dann renn mal bitte hoch geh in Deckung und lad mich kurz ein ok? weil du solltest du solltest nicht einsteigen in den Mohawk ja du musst ihn in weiten nochmal abbrechen und nochmal neu in weiten ne ich hab angenommen achso ok weil ich hab jetzt nen bewaffneten Strider genommen also ich brauch hier nen Schützen drinne deswegen solltest du nicht in den Mohawk steigen ich hab ihn wohl von mir aus war noch grad ist einer hab ihn gesehen bei einer ist die Garage hinten raus rausklappen der rennt Richtung weißes Haus der kommt zu uns ja siehst du ihn? nein der kommt gleich äh oben äh vorne rein so er will mich doch nicht echt bei der Burg rauslassen oder? deswegen hab ich gesagt steig da nicht ein sondern steig bei mir in den bewaffneten Strider das hab ich ja nicht verstanden gehabt tja der kommt der kommt hoch der kommt hoch Burg sind ganz schön viele Leute Feinde oder? der ist eine eine Enttäusche unter uns da ist er hast du gesehen? ja wenn ihr einfach aushaltet kann ich gleich von unten kommen und die von unten weg holt ne ich bin da ich hab ihn aber auch tot das komische ist du schießt durch den Schlitz der Treppe und ähm es kriegt aber ein Aufprall auf die Treppe und der andere kann aber von unten durchschießen wenn ich jetzt keine 7,6 mm gehabt hätte dann wäre er nicht tot gewesen das frustriert mich ich trink nachher wohl in der Garage ist einer ja und oh scheiße unten sind zwei stück die kommen hoch f*** man hast du noch eine Granate? ok ich hab dich getroffen zum kotzen willst du hier unten decken und ich baller oben rum? warte mal ich dachte unter uns sind weißt du? ich bin tot hab ich gebraucht dann habe ich eine 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 hey man bitte dropp auf äh at das Hospital näher zu der Tower und falls du der deutscher bist noch mal ein deutsch später da rausschmeißen beim kackhaus beziehungsweise tom 4 da waren zwei aber ein und vier war auf jeden fall eben viel los 3 2 ich bin ich bin auf der Weg Kilder ich bin ja volle Regel da liegen volle Regel da war nur einer kack kann man das Geld abgelenkt worden er machte nichts ich bin ja ich sitze nie ich bin gleich da und dann und ich will ich weiß ich da paar Ankerer hatten hoch und die Schuhe und trotzdem der Rest da haben die Gegner Jetschen ich glaube schon er ich bin tot Gebeck Prozent und jetzt landest du es nicht erlaubt hier er auch weg ich bin klar ist worden weil der Tod ist gelandet so wie ich gesagt wir sind ja nicht jetzt hat sich kurz was dort kaufen kann So, mach. Na, theoretisch müsste ich jetzt den, ähm, einen, ähm, Apache kriegen dürfen. Nein! Ist das schon 25? Na, 25 ist die Helke. Soll ich mal mit nem Pornig vorbeikommen und das Ding clearen? Soll ich oder soll ich nicht? Ähm... Oh, ich bin tot. Leute, von wo? Egal. Ähm... Ich hab ne bessere Idee. Ich hab mir den Pornig jetzt schon geholt, jetzt rastig. Was ist denn der Pornig? Pornig? Hummingbird mit, äh, Raketen und, äh... Ja, aber bitte escher das Gebäude nicht komplett ein. Äh, Phoenix oder so, ist einer noch von euch am Spawn? Nein, ich lande grad vor, weil... Coile? Du stehst doch hier vor mir, wa? Jo. Dann komm mal mit. Kleinen Augenblick. Du bist da. Na Jungs. Hier, siehst du doch an dem Oktakon. Ich bin tot. Hier, links zu dem Strider. Komm mal hier zu dem Strider. Du gehst ans Geschütz. Ähm, seid ihr noch am Spawn? Ja, wir sind noch am Spawn. Okay, wartet auf mich. Okay, ich hab das Fahrzeug mal gelockt, dass keiner einsteigt. Bist du am Geschütz? Ich bin da am Geschütz, ja. Schieß mal. Ich komm, ich komm mal, ich komm mal. Ja, ich weiß nicht. Mach auf, mach auf, mach auf. Ja, ist offen. Schieß mal. Ja. Ey, ich fahr goldig, keine Muni. Dann doch einen Schuss. Ich will mal sehen, womit der schießt. Ah, okay. Granaten. Ja, okay. Ich fahr gleich mal unauffällig, ne? Jo. Wie gibt's sonst Luftunterstützung? Ja. Selber nur 5 Meter über dem Boden, aber okay. So, dann beende ich hier den Part und wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Tschau Leute. 何. Sch ausnachst 순간 die Entfernung gedacht?